Es geht ausschließlich um diesen Pokal und das reicht aber als Ansporn vollkommen aus. Wir machen das ja so, dass wir ja die EM oder WM direkt nachspielen, in dem Fall jetzt die EM24. Und wir rüsten die Mannschaften ja so gut, es geht mit den bestmöglichen Trikots aus. Also das heißt möglichst nah an der Realität, wenn nicht sogar Originaltrikots. Die Story, die Geschichten hinter der Schlagzeile. Der etwas andere Nachrichten-Podcast der Goslarischen Zeitung. Ich bin Senja Knöbel und spreche mit meinen Kollegen aus der Redaktion und dem Newsdesk über wöchentliche Aufreger, über politische Debakel und den allgemeinen Wahnsinn aus Goslar und Umgebung. Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag findet auf dem Marktplatz die heiß ersehnte Goslarer Mini-EM statt. Aus diesem Grund habe ich die Organisatoren Lutz Scheibel und Henning Bartel eingeladen, um mit ihnen hinter die Kulissen der Veranstaltung zu schauen. Wie bewerben sich die Mannschaften und wer stellt die Trikots? Wir drei reisen gedanklich in der Zeit zurück und sprechen über die ersten Mini-EM-Turniere. Die Spielerinnen und Spieler mussten in den Anfängen des Turniers körperlich einiges aushalten, denn es wurde nicht immer auf einem hochwertigen Kunstrasenplatz gespielt. Neben wissenswerten Informationen rund ums Thema Fußballwochenende werden Anekdoten aus den vergangenen Turnieren geteilt. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder zwei Gäste begrüßen darf. Das ist einmal, möchtest du dich vorstellen, zu meiner Linken? Lutz Scheibel, Vermarktungsleiter hier bei der Goslarischen Zeitung und seit mittlerweile 22 Jahren hier im Haus. Verrückt. Lange Zeit. Ganz so lang bin ich noch nicht da. Ich bin Henning Bartel, Leiter Lesermarkt und Marketing. Ich bin erst seit 14,5 Jahren bei der Goslarischen Zeitung, aber ich finde, das ist auch eine durchaus lange Zeitung. In unserer heutigen Folge, wo wir ja über die Mini-EM sprechen, die heute stattfindet. Wir starten sowohl am Samstag als auch am Sonntag um jeweils 10 Uhr. Am Samstag spielen wir die Gruppenphase. Wir haben ja sechs Gruppen, a vier Mannschaften. Da sind wir so bis circa 17.30 Uhr auf dem Goslarer Marktplatz und am Sonntag steigen wir dann um 10 Uhr in die K.O.-Phase ein. Das heißt, die Gruppen zweiten und die besten Gruppen dritten sind dann noch im Turnier. Und dann spielen wir im Prinzip den originalen Spielplan der originalen Europameisterschaft. Und das Finale auf dem Goslarer Marktplatz, das wird dann um 14.30 Uhr angepfiffen. Okay, der normale Spielplan jetzt so als Person, die sich jetzt nicht so viel mit Fußball auseinandergesetzt hat. Wie sieht der normale Spielplan denn aus? Also der normale, der reguläre Spielplan ist so, dass wir in sechs Gruppen spielen mit vier Mannschaften. Und ja, aus jeder Gruppe kommen die zwei besten Mannschaften sicher weiter. Und dann gibt es noch, das ist jetzt neu, weil es 24 Mannschaften sind, noch so ein Tableau, dass die vier besten Gruppen dritten weiterkommen. Oder sind es sechs? Ne, ich glaube, vier sind es. Und dann gibt es Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Es gibt bei der Europameisterschaft kein Spiel um Platz drei, sondern dann geht es direkt mit dem Finale zu Ende sozusagen. Und ja, die Teams, die wir haben, die sind ja einem Land zugelost. Und die sind in den originalen Gruppen, so wie es auch bei der richtigen EM ist. Das heißt, wir haben wirklich den originalen Turnierbaum sozusagen vor uns. Genau. Schön, danke schön für die Erklärung einmal. Möchtest du, Lutz, einmal zusammenfassen, wie die Auslosung bzw. wie die Bewerbung generell vonstatten geht? Wie bewerben sich die Fußballvereine und die Mannschaften und wie werden diese den großen Nationen bzw. Mannschaften zugeteilt? Genau. Also bewerben ist es so, dass der Uwe Klose ist einer von dem SV Rammelsberg. Der hilft uns ein bisschen bei dem Kontakt der Mannschaften. Der hat sozusagen das Ohr auf der Schiene. Der kennt halt die ganzen Vereine und die entsprechenden Obleute und Trainer und sucht den Kontakt zu den entsprechenden Vereinen. Und er lodet halt aus, wer alles teilnehmen kann und wer spielberechtigt ist und so weiter. Dann können sich die Vereine dort bewerben bei ihm. Und wir fragen dann bei dem Uwe dann ab, welche Mannschaften in Frage kommen bzw. er meldet uns die. Und die werden entsprechend dann angeschrieben, die Vereine. Dann wird ein Auslosungstermin vereinbart, sowohl mit den Vereinen als auch dann mit den Sponsoren. Ich bin mit meinem Team dann verantwortlich, entsprechend Sponsoren zu suchen für ein EM 24 Mannschaften, für eine WM 32 Mannschaften im Idealfall. Und genau, dann legen wir einen Termin fest, das ist meistens so Anfang April. Dann treffen wir uns in einer Location unserer Wahl. Das haben wir jetzt öfter im Schiefer gemacht. Wir haben es jetzt das letzte Mal im Hotel Alte Münze gemacht. Da gibt es halt einen Raum, wo sich dann alle treffen. Und dann machen wir eine richtige Auslosung, wie das auch bei so einer EM oder WM im Fernsehen auch manchmal zu sehen ist. Und dann sind auch alle Mannschaften dabei? Da sind hoffentlich alle Mannschaften dabei. In Wirklichkeit ist es so, es fehlen die einen oder anderen Vertreter. Also wir laden immer einen Trainer ein plus einen Spieler und den Sponsor. Dass nicht alle Zeit haben an dem einen Termin, ist sicherlich so in der Natur der Sache. Aber wie gesagt, wir haben also zumindest in der letzten Zeit über 50% Teilnahme gehabt. Und wie gesagt, das ist auch kein Problem. Wir können dann entsprechend halt auch informieren und sind ja auch im regen Kontakt mit den Vereinen und den Sponsoren. Wie alt darf man denn maximal sein, um an den Spielen teilzunehmen? Man muss für die Ehejugend spielberechtigt sein. Das heißt, die Spieler, die bei uns auf dem Marktplatz sind, sind ja nicht nur Spieler, sind auch Spielerinnen dabei, sind zwischen acht und zehn Jahren. Okay, und wie lange geht ein Spiel? Ein Spiel dauert zehn Minuten in der Vorrunde. Es ist so, dass die bei den K.O. Spielen, ich glaube, es ist ab dem Halbfinale so, dass wir die Spielzeit auf zwölf Minuten erhöhen. Genau, und es wird ja mit vier Spielern auf dem Feld gespielt. Und es wird auch mit Bande gespielt, beziehungsweise ohne Torwart. Also dann ist man immer so als Springer, beziehungsweise muss halt den Ball dann irgendwie so abwehren. Der Ball darf nicht in die Hand genommen werden. Der letzte Mann oder letzte Frau, wie auch immer, muss dann sozusagen versuchen, immer die Hände irgendwie hinter den Körper zu halten. Oder so, dass es zumindest durch einen Zufallstreffer nicht irgendwie dazu kommt, dass es dann halt einen entsprechenden Strafstoß gibt. Ja, ich hatte auch noch die Frage aufgeschrieben, worum wird gespielt? Aber ich fand es einfach so schön, dass ihr gerade mit diesem Pokal reingekommen seid. Das Objekt der Begierde steht praktisch vor dir. Wir haben einen schönen großen Pokal, den bekommt die Siegermannschaft überreicht. Es gibt tatsächlich ansonsten nur Hum und Ehre. Also es gibt kein Preisgeld oder irgendwelche anderen Geschichten. Es geht ausschließlich um diesen Pokal. Und das reicht aber als Ansporn vollkommen aus, weil natürlich diese Emotion auf dem Goslarer Marktplatz einfach so diese Spieler auch gefangen nimmt, dass sich da wirklich in der Vergangenheit höchst emotionale Szenen abgespielt haben, sowohl auf der Gewinner- als auch auf der Verliererseite. Und wenn man sieht, dass wir in aller Regel dann am Montag ein Titelbild auf der Goslarischen Zeitung haben, auf dem einige die siegreiche Mannschaft diesen Pokal in die Höhe reckt, voller Stolz, dann ist das natürlich ein absoluter Höhepunkt in so einem jungen Fußballerleben. Total. Also auch ja dieses zusammengewürfelt werden und dann halt auch einfach miteinander spielen, dieses Mannschaftsgefühl. Darum geht es ja halt auch. Und es muss ja nicht immer um das Große gehen. Also ich finde diesen Pokal, wow, ich finde den schön. Also ich hätte den auch gern. Der Pokal ist sicherlich das eine. Das andere, finde ich, immer ist, was noch so ein bisschen das Salz in der Suppe ist, sind die Mannschaftstrikots. Also wir machen das ja so, dass wir ja die EM oder WM ja direkt nachspielen, in dem Fall jetzt die EM24. Und wir rüsten die Mannschaften ja so gut, es geht mit den bestmöglichen Trikots aus. Also das heißt, möglichst nah an der Realität, wenn nicht sogar Original-Trikots. Also das ist, da haben wir jemanden, der das für uns sozusagen macht. Und das ist halt auch nochmal so ein Faktor, warum die Spieler sich diese Trikots sicherlich auch über Jahre aufbehalten, stolz vielleicht im Schrank haben oder irgendwo, was weiß ich nicht, vielleicht sogar einen Rahmen gibt es auch. Und wir tatsächlich auch von Spielern schon angesprochen worden sind, beziehungsweise die uns erzählt haben, wir haben das Trikot immer noch und wir fanden diese Aktion so cool. Und dass wir jetzt für Brasilien oder für Portugal oder Frankreich oder Deutschland spielen konnten, ist natürlich dann in dem Fall auch gleichzeitig eine Ehre für die jungen Spieler. Ja, aber ich glaube, dann ist halt auch so dieses Trikot viel, also nichts gegen den Pokal, viel mehr wert als so ein großer Pokal, weil damit, ne, darin hat man gespielt, damit hat man, da ist auch ein bisschen Schweiß drin und da hängt man dann halt dran, wer stellt denn diese Trikots? Genau, also wir haben dort einen Kontakt über unseren lokalen Sporthändler hier, der Herr Hirsemann, der macht das, der ist sozusagen auch in Kontakt mit den Vereinen, der kümmert sich auch um Trikots und um entsprechende Beflockungen und Beschriftungen. In den Vereinen ist er sozusagen bekannt und hat auch den Kontakt zu den entsprechenden Trainern und Mannschaften und ja, ist eigentlich sehr geübt da drin, bei den entsprechenden Herstellern anzufragen, was ist denn möglich, welche Konstellation kann ich denn jetzt für das französische oder niederländische Trikot jetzt plus Hose plus entsprechend Stutzen, was kann ich denn da alles raussuchen und ich finde die Ergebnisse jedes Mal sensationell. Also das, was der Herr Hirsemann da jedes Mal für uns auf die Beine stellt, ist schon toll und ich glaube auch, die Eltern sind auch jedes Mal stolz, wenn sie ihre Kinder da in den Trikots sehen, spielen sehen, egal ob gewonnen oder verloren. Ja, ich wollte gerade sagen, darum geht es ja dann am Ende vielleicht auch nicht, wenn man dann halt dieses Trikot hat und dann einfach auch so sagen kann, okay, wir haben jetzt hier alle zusammen gespielt und da komme ich auch schon so zur nächsten Frage. Ihr hattet das vorhin schon erwähnt, dass die Mannschaften ja auch gemischt sind, was ich sehr schön finde. War das schon immer so? Ja, das war schon immer so. Genau, das haben wir schon immer so gehandhabt. Das ist meines Wissens nach auch so, dass die in dieser Altersgruppe ohnehin auch mit gemischten Teams spielen. Die wenigsten Vereine haben auch reine Mädchen- oder Damenmannschaften, muss man einfach sagen. Insofern spielen die mit und es gab auch schon einige Mixteams, wo dann eben auch Mädels den Pokal gewinnen konnten. Ja, schön. Also ich kenne das noch aus meiner Zeit. Ich habe auch Fußball gespielt. Ich durfte auch eine Zeit lang in der Jungsmannschaft mitspielen, habe dann irgendwann auch einfach aufgehört. Aber es ist tatsächlich wirklich, also gemischte Mannschaften, Junioren und Juniorinnen in den Altersklassen G bis A sind zulässig. Also G ist ja so, also ab dem siebten Lebensjahr beziehungsweise noch nicht verendet. Und bei den A-Junioren ist man so 17, 18. Und da darf man das halt mit der Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Und ja, ich finde das einfach schön, weil wird dann halt nicht darauf geachtet, was für ein Geschlecht man hat, sondern halt wie dann auch die Leistung ist und ob man halt einfach Bock hat zu spielen. Wie ist es denn diesmal? Sind viele Mädels dabei? Einige. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Mannschaften es sind. Da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt. Es sind meistens zwei, drei so im Schnitt. Also es sind gemischte Mannschaften, reine Mädchenmannschaften hatten wir jetzt glaube ich ein, zwei Mal erst. Aber das ist immer wieder der Fall. Und wie gesagt, also gerade bei den gemischten Mannschaften, es fällt in dem Alter überhaupt nicht auf, ehrlich gesagt. Also die Leistungsfähigkeit ist da genauso gegeben. Und das ist immer wieder erstaunlich, auch was für eine Schusshärte da schon in dem Alter. Und auch gerade bei den Mädels da halt ja vorherrscht. Also das ist schon enorm. Die Mini-EM und die Mini-WM gibt es ja seit 2006. Wie ist diese überhaupt entstanden? Und wer hatte da seine Finger am Spiel? Und seit wann liefen die Formate unter dem Sponsoring der GZ? Ja, da kann ich vielleicht was dazu sagen. Also das war eine Idee, ich weiß nicht, ob es eine grundsätzliche Idee war, von einem Vorgänger, dem Gerd Niehus. Der war hier Anzeigenleiter am Haus, hat das Konzept entweder mitgebracht oder selbst entwickelt. Das ging 2006 los. Damals gab es eine WM, das war sozusagen die GZ Mini-WM 2006, war die erste Veranstaltung. Auch auf dem Marktplatz gespielt, mit, soweit ich weiß, zwei Zockercords sogar. Einfach um das Ganze ein bisschen zu entzerren zeitlich. Jetzt gibt es nur noch einen? Jetzt gibt es nur noch einen, genau. Das muss man aber sagen, war auch alles natürlich noch in den Anfängen. Der große Aufwand bestand darin, wie gesagt, den Kontakt zu den Mannschaften herzustellen, den nächsten Sponsoren zu suchen. Dann wurden die vor dem Rathaus damals aufgestellt, die Mannschaften zum Fototermin. Dann wurden die Namen, meine ich noch handschriftlich alle erfasst. Also es war noch alles sehr, ja, ich sag mal, ein bisschen hemsärmeliger. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr sympathisch. Aber es gab halt von vornherein gleich das Interesse, bei den Sponsoren dabei zu sein, was toll war, was großartig war, die teilweise auch mehrere Trikots dann mitfinanziert haben, also noch was in den Topf eingetan haben. Und dann wurde auf dem Marktplatz gespielt. Ich meine, Brasilien ist sogar Weltmeister geworden damals. Auch ein ganz emotionales Turnier gewesen. Und Gerd Nieuws hat im Prinzip alles alleine moderiert, muss man sagen. Also der hat sozusagen fast zeitgleich auf der einen Seite und auf der anderen Seite gucken müssen, was denn sich herausgestellt hat, dass es einfach zu aufwendig ist und im Prinzip auch man nicht jedes Ergebnis sofort mitverfolgen kann. Damals hatte Uwe Klose auch schon, war auch schon mit von der Partie und hatte auch mitgeholfen. Aber sie haben halt gemerkt, okay, besser doch ein Sockerquart. Ja, und das war natürlich alles noch nicht so professionalisiert wie jetzt. Also wir hatten damals noch keinen Holzfußboden, wir hatten noch keinen richtigen Kunstrasen. Das war letztendlich, meine ich, ein grüner Teppich, der auf dem Stein lag, wenn da rum der Sockerquart. Die Bälle flogen halt eben auch hoch und auch durch die Gegend, dass die EIS-Cafés natürlich jetzt nicht unbedingt da alle Applaus geschrien haben, ist auch klar. Und so haben wir dann im Prinzip halt angefangen, Netze drum herum zu bauen und haben das immer mehr ausgebaut. Und irgendwann kam dann sozusagen die Tribüne dazu und so weiter. Aber das hat, wie gesagt, hauptsächlich alles Henning dann organisiert. Ja, aber so ist es ja mit allen Sachen. Wenn ein Projekt irgendwie neu startet, das ist ja wie mit dem Podcast, dann läuft es halt erst mal ein bisschen ruckelig. Da muss man halt erst mal ausprobieren. Und irgendwann, das sind ja jetzt dann halt auch, oh Gott, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 20, 24, 18. Wir machen es jetzt zum neunten Mal. Tatsächlich kann dir da gerne aushelfen. Wir haben 2020 eine Pause machen müssen, Corona-bedingt. Da war es leider nicht möglich. Das tat uns und tut uns eigentlich immer noch total leid für diesen Jahrgang, der eben nicht spielen konnte. Wie so viele andere Dinge ist auch diese Veranstaltung Corona zum Opfer gefallen. Aber ansonsten haben wir seit 2006 tatsächlich alle zwei Jahre eine Veranstaltung machen können. Und wir sind jetzt das neunte Mal auf dem Golfmarktplatz. Wir haben 2022 dann im Juli gespielt. Ein bisschen später als normalerweise, weil die WM ja auch in Katar war und dann auch im November, meine ich, dann gestartet ist, dass wir auch erst überlegt haben, was machen wir denn da jetzt im Winterspielen? Auf dem Marktplatz fällt ja dann aus. Außerdem wäre ja Weihnachtsmarkt gewesen oder zumindest Aufbau, dem wären wir sicherlich ins Gehege gekommen. Also haben wir uns für den Juli entschieden und waren uns auch nicht gleich sicher, ob wir da gleich Erfolg haben werden. Also ob die Sponsoren wieder anspringen, ob überhaupt, ja, ist ja alles so ein bisschen, sag ich mal, so in den Dornröschenschlaf auch gefallen. Beziehungsweise musste ja alles wieder aktiviert werden. Und wir waren doch sehr positiv überrascht, dass das doch großen Anklang gefunden hat. Darf ich nochmal ganz kurz fragen? Also eigentlich ergibt es ja Sinn, wenn man das dann halt auch zeitgleich mit der, also mit der richtigen EM, beziehungsweise mit der WM macht. Käm es aber nicht zum Beispiel auch in Frage, wenn man das irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr später macht oder so? Ich glaube, dass man diese Emotionen braucht. Dieses kurz davor nochmal so ein bisschen so diesen emotionalen Peak zu setzen und dann sich drauf zu freuen, wenn die richtige EM oder WM losgeht. Ich glaube, diese Atmosphäre, die kann man sonst nicht einfangen, wenn man das zeitversetzt oder zeitlich entkoppeln würde. Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Ich kann es mir nur so vorstellen. Seid ihr eigentlich, ihr zwei, seid ihr schon von Anfang an dabei gewesen? Also ich habe jetzt die beiden Namen gehört, aber wart ihr trotzdem schon im Hintergrund irgendwie tätig und habt auch schon mitorganisiert, weil ihr zählt ja jetzt so zu den Hauptorganisatoren. Genau, wir organisieren es hauptverantwortlich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Ich bin jetzt das siebte Mal dabei. Also ich bin 2010 dazu gekommen. Das heißt, die WM 2006 und die EM 2008 habe ich nicht miterlebt. 2010 war ich natürlich auch nicht hauptverantwortlich, sondern habe unterstützt und war unterstützend mit dabei. Aber jetzt ist es für mich das siebte Turnier. Ja, für mich auch. Ich bin auch 2010 so wirklich dann dazugekommen. Bin ja irgendwann dann 2012 halt Teamchef geworden von der Abteilung, von der Marktungsabteilung. Habe den Gerd Nios damals abgelöst. Er hat uns aber damals schon, also zwei Jahre vorher schon mal so ein bisschen, ja mehr oder weniger auf den Weg gegeben. Macht ihr das bitte mal, denn wisst ihr gleich, worum es geht. Er hat tatsächlich 2006 und 2008 die WM mit eben dem SV Rammelsberg und dem Uwe Klose dann noch selbst organisiert. Da hatten wir tatsächlich oder ich auch nichts zu tun, aber 2010 seitdem sind wir beide letztendlich im Tandem schon immer unterwegs. Aber voll schön, die GZ hat irgendwie so öfter mal so seine Finger im Spiel, wenn es um Fußball geht. Es gibt ja dann auch den GZ-Cup. Genau. Und genau, wie heißt er richtig? Ja, ist der Cup der Goslarischen Zeitung. Genau. Und der wurde ja jetzt eine Woche vor unserem Turnier gespielt, nämlich das ja das Pfingstturnier des SV Rammelsberg. Also auch da spielen wir uns die Bälle sozusagen zu. Genau. Und da ist auch immer richtig viel los. Also wenn da gutes Wetter ist, ist schon toll. Also wie auch Volksfestkarakter, muss man echt sagen. Ja, schön. War das dieses Jahr auch? Also war dieses Jahr auch viel los? Ja, also wir haben ja gestern schon auf dem Marktplatz aufgebaut und haben auch Kontakt gehabt zu unseren Helfern des SV Rammelsberg. Uwe Klose war auch vor Ort und er erzählte, dass dort richtig viel los war am Wochenende. Und das freut uns natürlich sehr. Schön. Fußball bringt einfach auch zusammen. Habt ihr bei der heutigen Mini-EAM einen Favoriten und werdet ihr als Veranstalter auch, beziehungsweise halt auch als Organisatoren vor Ort sein? Wir sind natürlich das ganze Wochenende vor Ort. Wir sind nicht nur die, die dort mithelfen aufzubauen, sondern sind auch die, die anschließend am Mikrofon sitzen, so wie jetzt bei dir, und die Spiele moderieren. Und einen Favoriten jetzt im Vorfeld zu benennen, ist extrem schwierig. Dafür bin ich persönlich viel zu wenig in der lokalen Fußballszene verankert. Das, was uns eigentlich, Lutz und mir, immer ziemlich gut gelingt, ist, dass wir nach den ersten Spielen uns mal so unterhalten und sagen, Mensch, wir haben jetzt vielleicht zwei oder drei Spiele von einer Mannschaft gesehen und glauben, dass die Mannschaft wird weit kommen. Das kristallisiert sich eigentlich in diesen ersten Gruppenspielen meistens relativ schnell heraus, wer sich auch auf diese völlig neuen Gegebenheiten am besten einstellen kann. Das Spielfeld ist 10x15 Meter, wir haben Banden ringsherum, wir haben eine teilweise hitzige Atmosphäre auf diesem Goslarer Marktplatz. Das ist etwas völlig anderes, als wenn ich auf einem Rasen spiele, verglichen mit dem Kunstrasen. Und entscheidend ist, dass man sich schnell auf diese neuen Gegebenheiten einfach einstellt und einlässt. Und das ist meistens relativ schnell zu erkennen, welche Mannschaft mit diesen Umständen am besten klarkommt. Und die kommen in der Regel auch ziemlich weit im Turnier. Ja, schön. Ja, das ist tatsächlich so. Es gab im Vorfeld, gibt es immer mal so Einschätzungen von einigen Mannschaften, die auf dem Feld natürlich sehr gut sind und vielleicht dann auch Staffelsieger sind. Oder dann vielleicht sogar schon irgendwo einen Pokal gewonnen haben. Aber tatsächlich, der Sockerkord ist nochmal wieder eine ganz andere Welt. Wir spielen auch mit einem anderen Ball. Wir spielen mit einem Futsal, der auch nicht so springt. Der ist sozusagen ein bisschen Träger. Der soll nicht so hoch springen. Im Sockerkord ist das auch dann entsprechend von Vorteil. Und ja, Stollenschuhe sind auch nicht unbedingt von Vorteil. Also das heißt, flaches Schuhwerk kann durchaus weiterhelfen. Das hängt immer davon ab. Hat es geregnet, dann ist dieser Untergrund natürlich mit dem Kunstrasen auch sehr glitschig. Das muss jeder für sich selbst bewerten. Aber wir raten letztendlich immer von Loppen oder Stollenschuhen komplett ab. Ja, okay. Dann wissen, glaube ich, unsere Zuhörer für heute auch Bescheid. Ich fände es sehr schön, wenn sich ganz, ganz viele auf dem Marktplatz nachher versammeln. Ab wie viel Uhr nochmal? Ab 10. Sehr gut. Und ja, einem schönen Spielen zuschauen und dann vielleicht auch am Sonntag einfach dabei sein. Was sind eure vorerstletzten Worte zu diesem Thema Mini-WM hier in Goslar? Ich würde vielleicht mal loslegen damit und würde die Gelegenheit nutzen, ein großes Dankeschön auszusprechen. An all diejenigen, die sich ehrenamtlich in den Sportvereinen engagieren. Denn wir erleben das im Zuge dieses Turniers einfach, dass da ganz, ganz viele Helferinnen und Helfer, Trainer, Betreuer, auch Eltern einfach sind, die die Kinder hin und her fahren und den Kindern diese Teilnahme an dieser Veranstaltung ermöglichen. Und denen gilt mein Dank. Genau, ich bin ja bei uns traditionell immer für den Werbeblock zuständig. Ich möchte mich natürlich ganz doll bei den Sponsoren bedanken, die überhaupt diese Veranstaltung möglich machen, weil ohne letztendlich Trikotsponsoring und ohne eben so das kleine Quäntchen finanzieller Zuschuss wird das nicht funktionieren. Das ist so. Also wie gesagt, herzlichen Dank an alle Sponsoren und natürlich ein Aufruf an alle Eltern und mitfiebernden Fans. Bitte kommt zum Marktplatz, macht die Hütte voll und dann, glaube ich, wird das eine ganz tolle Veranstaltung. Newsflash der Woche. Braunlage. Ehepaar fährt mit Wohnmobil gegen Bau. Die Urlaubsreise in den Harz endete am Donnerstag für ein Ehepaar aus Erfurt an einem Bau. Mit einem Wohnmobil waren der 67-Jährige und die 60-Jährige auf der B27 unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Harzburger Brücke wegen Einsturzgefahr gesperrt Ein Fußweg, der von der Badestraße unter der Eisenbahnbrücke hinüber zum Zauberwerk führt, ist wegen Einsturzgefahr gesperrt. Die GZ hat nachgefragt, was es mit dieser Sperrung auf sich hat und wie lange sie noch bestehen bleibt. Unfall auf Stapelner Straße. 20.000 Euro Schaden. Zu einem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der Stapelner Straße im Kreuzungsbereich zur Altenherrstraße in Goslar. Dabei wurden zwei Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Stell dir vor, du gehst mit deinen Geschwistern, deinen Kindern und deinen Enkelkindern auf den Spielplatz, damit sie sich einmal richtig austoben können. Du lässt dich auf die an der Seite stehenden Parkbank nieder, genießt deine Ruhe und schaust dem bunten Treiben zu. Deine Entspannung findet dann aber ein jähes Ende, als dein Blick auf eines deiner Kinder fällt, welches etwas unbeholfen von einem Spielgerät aufstehen möchte, es ihm aber einfach nicht gelingt. Irgendwann ruft es nach dir, du eilst ihm zu Hilfe, doch auch du kannst ihm nicht zum Aufstehen verhelfen. Genauso ist es gleich mehreren Kindern auf dem Spielplatz nahe der Thomasstraße ergangen. Hier musste die Feuerwehr binnen weniger Wochen erneut ausrücken, um die Kinder aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Der Übeltäter war in beiden Fällen eine Huhnfigur aus Stein, welche wohl so geformt ist, dass ein Wiederaufstehen schwierig sei. Möchtest du noch mehr Geschichten lesen, die aus Goslar und der Region kommen? Dann gehe auf www.goslarsche.de, klicke auf den Reiter Region und scrolle dich durch weitere spannende Artikel, Bildergalerien und vieles mehr. Das war eine Produktion der Goslarischen Zeitung und dem Medienhaus Krause. Das Sounddesign ist von Juno Fieldrim und das Cover ist von Mira Knüpfer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017